Aloha Seekräuter und herzlich willkommen zu diesem replay doch etwas seltener bei uns auf dem kanal die replays in letzter zeit aber diese möchte ich euch nicht vorenthalten gefahren von bob liqui der ja demnächst bei uns hier im live stream mitfahren wird und zwar am 24 august um 20 15 findet unser jubiläums live stream für 1500 abonnenten statt mit einem kleinen giveaway so klein ist es gar nicht und er als ehrengast er hat uns damals bei 1000 abonnenten gesagt bei 1500 da fahr ich mit und jetzt ist es soweit mit diesem kleinen video möchte ich euch so ein bisschen einen appetizer geben was ja uns erwartet oder euch erwartet wenn ihr dann am 24 dabei seid wir schauen uns hier mal die montag an das erste was auffällt ist er hat seine tarnung vergessen frevelhaft eine tarnung auf t10 nicht auf dem schiff meine fresse also schon mal ein smiley gucken wir uns die module an die er hier in sein schiff eingebaut hat die verbesserung schadensbegrenzungsteam modifikation 1 die wirkungsdauer des schadensbegrenzungsteam wird um 40 prozent verlängert slot 2 schadensbegrenzung system modifikation 1 risiko des brandes und des wassereinbruchs um 5 respektive 3 prozent gesenkt artillerie plotterraum 1 typische amerikanische erweiterung reichweite um 16 prozent erhöht bei der hauptbatterie um 5 prozent bei der sekundärbatterie und die sekundärstreuung wird um 5 prozent gesenkt dann in slot 4 die antriebsmodifikation 2 die beschleunigung des schiffes wird um 15 prozent verbessert und dann kommt so ein ganz besonderes modul nämlich das legendäre von modul der montana verbessertes schadensbegrenzungsteam er zeit zur reparatur des wassereinbruchs um 30 prozent verkürzt 15 prozent zeitverkürzung zum brandlöschen 70 prozent ruder steuergetriebe reparaturzeit verbesserung in dem sind also wenn es ruder ausfällt ist 70 prozent schneller wieder einsatzbereit und die ruder stellzeitreduktion um 30 prozent das heißt ihr habt nachher 16 bis 15 sekunden ruder stellzeit auf dem dampfer warten richtig geiler wert ist für ein schlachtschiff und in dem letzten slot slot 6 da gibt es dann den artillerie plotterraum modifikation 2 dann ist da die streuung um 11 prozent reduziert ja also für meine sache ich muss sagen ich könnte hier schadensbegrenzung system modifikation 2 eingebaut um einfach noch einen bürzeren benefit davon zu haben ja in sachen überleben wenn man brennt gerne und schnell als schlachtschiff von daher ist dazu eine sache das so die würde ich eher einbauen als die antriebsmodifikation aber jeder nach seinem gut dünken dafür ist das spiel jeder kann sich etwas auswählen meine wahl wäre also die effizientere wahl im kopf bei mir wäre wahrscheinlich diese ja und die tarnung fehlt hat es mir gleich am anfang aufgefallen aber ich verspreche euch das ist ein spannendes gefecht und deswegen gehen wir jetzt hier mal weiter voran die signal flaggen die er hier eingebaut hat ist november echo set the seven das ist die flag verstärkung ganz klar das ist eine der stärken der monty ja flonk kontinuierliche schaden und explosions schaden um fünf prozent erhöht weiter geht es dann mit der india delta flagge die trefferpunkte bei der reparatur mannschaft werden um 20 prozent erhöht also die 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 dann wieder herstellen kann und dann geht es weiter mit der juliet yankee briso 2 reparaturdauer nach flutung um 20 prozent reduziert und dann aber noch bei den kampfsignalen die november fox trot dabei ladezeit der verbrauchsmaterialien um fünf prozent reduziert das sind die wichtigen und da gibt es noch eine weitere unten rechts eingeblendet das ist aber nur für free xp also ökonomisches signal da gehe ich gar nicht weiter groß drauf ein schauen wir uns einmal das gefecht an wie es im moment aussieht wir haben noch keine schiffe verloren team grün hat also sein eigenes team hat so ein bisschen nachteil von den trefferpunkten her die sau hat hier mit den joshino top zu kämpfen richtig wohl gedodged verliert dann aber das leben gegen den kurfürsten aber liquid konnte hier sofort absetzen und hat gesehen die joshino steht der breitseite und die wird sofort bestraft drei seite mit nur die schien und gegen den monty auf 15 kilometer grober fahrfehler da gibt es erstmal direkt die kelle und ja die joshino sowie die sau sinken gemeinsam zum meeresboden und nun heißt es angucken wie das gefecht entwickelt team rot hat inzwischen zwei caps geholt team grün arbeitet noch an cap c schiffe eins zu eins punkt vorsprung für team rot im moment wir sind bei 65 punkten knapp und jetzt müssen hier die schlachtschiffe rein oder zumindest näher ran an den cap damit sie besser wirken können da bleibt ein bisschen was an dem mumpeln hängen das war vielversprechend wie der dampfer da aufging und dann weg fuhr naja leider hängen geblieben die gearing fährt um die insel rum und schaut so aus ob sie sich jetzt in richtung a orientiert die fahrt wird hier nicht verringert die monty fährt volle kraft 29 halb knoten ohne signal flagge und da geht eine donskei auf die sich in die breitseite positioniert hat der kurfürst setzt sofort ab hat die mumpeln da direkt parat gehabt vor allem die schütze ausgerichtet ja aber durch diesen beschuss wird die donskei vorgewarnt und liegt wie kann seine mumpeln jetzt nicht mehr so gut platzieren sind nur 5800 punkte die die donskei da verliert das ist ein over pen und eine pen also nicht das volle schadenspotenzial abgerufen kann man sagen in dem fall aber die donskei macht den fehler meiner meinung nach und fährt wieder die breitseite und ja unser liegt wie hat die kanon schon wieder voll geladen und haut da die nächste breitseite raus geht ihr rät jetzt selber leicht unter beschuss ist aber alles unter kontrolle das muss doch eine zitter geben genau da ist sie schon das sieht auch richtig geil aus 42.000 damage auf der uhr 14 minuten 14 noch restzeit in diesem gefecht ohne tarnung ich finde immer nur dass man die tarnung vergisst gerade wo ihm wo doch world of warships die tarnung rumschmeißt wie sonst was in diesen ganzen events und so weiter aber gut schauen wir weiter wie wir uns hier verhalten die san luis die haut erstmal ab die muss da ein bisschen das weite suchen bei dem treffer punkte pool die gearing steht jetzt vorne in a drinnen steht aber unter beschuss ist dazu weit vorgefahren den buch hat kein radar die mugadur ist da also mit radar ist die nicht offen vielleicht mit hydro könnte 106 kilometer kann ich aus der perspektive schlecht sehen aber warum wurde die denn jetzt aufgedeckt gute frage naja hatte nicht gesehen vielleicht hat sie vorher geschossen aber so müssen dann eben die schlachtschiffe hier den job des dds übernehmen die der kurve steht schon drin unserer lique wie fährt hier mit der monti auch in richtung a um damit mitzuhelfen beim cappen jetzt wird der kurve gesettelt der die meisten punkte hatte ist also ein bisschen problematisch jetzt gilt es hier so ein bisschen zusammen zu spielen die treffer punkte die jedes schlachtschiff hat hier so ein bisschen die waagschale zu werfen da kam nun overpen bei der mugadur raus kann ja sowieso nur ist ja so ein großer kaliber seit kurzer zeit oder seit einiger zeit ist es ja so dass die kaliber die großen kaliber dann hier nur zehn prozent schaden auf dds generell machen können pro ap granate wohlgemerkt ist bei der h e granate dann wieder normal sozusagen der trifft nur die ap granate zu und da steht ein kurfürst wir haben update 086 jetzt sind wir mal gespannt was da hängen bleibt er hat 95 kassiert und erteilt aus die granaten kommen gut die kommen gut zwei titas das waren 43.000 treffer punkte mit einer schelle klar die kann jetzt ein bisschen besser wieder herstellen als andere schiffe auch den schaden an den kasematten und so weiter da ist der dampfer einfach stärker bestückt als anderer mit der reparaturmannschaft dafür ist die panzerung halt schlecht und jetzt ist die titadelle ja so deutlich nach über die wasserlinie gerückt und da kann man mal sehen was zum konkurren jetzt einstecken muss wenn er falsch steht schlechtes fahren wird echt bestraft ja und dann konnte hier auf der mugadur noch ein bisschen damage machen und steht jetzt hier zusammen mit dem kufus im cap der orientiert sich nach draußen und er selber stellt sie jetzt erstmal spitz zur conqueror und zum kurfürst aber steht immer noch zu doll präsent in dem cap drin er wird immer wieder beschossen und damit wird der cap immer wieder ein bisschen resettet die mugadur steht da hinterm berg und versucht knapp rüber zu schießen kriegt sie auch hingeht nicht auf nutzt hier die inselzunge aus weil der turm eben nicht drüber guckt und da gibt es noch eine schelle die direkt an den berg vorbei gesegelt ist noch eine zieht da rein und er brennt wieder das ist jetzt das problem er brennt wieder und da würde hat der survive bild jetzt richtig gut also wenn er konsequent wäre und chance begrenzungs mod 2 auch noch mit eingebaut hätte und die in der yankee flagge da wäre richtig geil gewesen da hätte hier definitiv weniger trefferpunkte verloren und da geht eine hinten buch auf das hat er eben schon antizipiert hat er eben schon erahnt und ganz kurz war ich nämlich schon mal zu sehen setzt da die breitseite ab auf die hinten buch und kann da wieder eine doppelt sie da landen meine fresse richtig geil und jetzt kommt noch der kurfürst der sie dann mit der sekundär weg snackt und da ist sie dann auch raus wir haben einen leichten vorteil sechs schiffe seit team grün verloren sieben hat team rot verloren aber punktemäßig liegt das team grün dahinter die mugadur schießt immer weiter immer wieder kleinigkeiten abgenagt vom trefferpunkte pool der montana hier die sich jetzt anders positioniert näher ran an die insel um da so ein bisschen deckung zu bekommen um einfach nicht mehr so einfach beschossen zu werden und immer wieder resettet zu werden zeigt da breitseite zum kurfürst der die aber nicht nutzen kann frisst da keine zieht da und hat es bei der monti doch verhältnismäßig einfach eine zoll da eine zieht da rein zu drücken aber gut das ist ein anderes thema 14 kilometer kampf entfernt müsste hell wäre eigentlich möglich gewesen naja egal da geht die breitseite der monti raus gucken wir mal was auf dem kurfürsten hinterlässt für spuren und da procken knapp 14.000 punkte ganz okay dafür dass der kurfürst abgedreht hat meine meinung so a c ist grün a wird jetzt dann hoffentlich wohl irgendwie gecappt werden und b wird auch contested von dem dd das sieht doch jetzt ganz gut aus stehen hier nicht mehr so dort unter beschuss schauen wir uns mal kurz den kapitän an den habe ich euch nur noch nicht gezeigt wir haben hier helsey junior drauf legendäre amerikanischer kapitän er hat hier geskillt vorrangiges ziel adrenalin rausch eliteschütze der es hier verbessert ein grad pro sekunde für die großen kaliber ist die turm die zeit inspektor grundlagen der überlebensfähigkeit das ist das damit weniger langen brände und flutung auf dem schiff sind dann hat er manuell ist vorhin der flag bewaffnung drin dass die sektoren werden schneller verstärkt und die die verstärkt werden diese haben machen dann noch mehr schaden also richtig effizient gegen flugzeuge und dann hat er noch brandschutz drauf eine brandquelle weniger und zehn prozent weniger brandwahrscheinlichkeit ist richtig cool ist schon richtig gut zu weit gebaut wie ich persönlich finde wie gesagt legt den finger immer wieder in die wunde ich finde da hätte noch ein bisschen mehr survive rauf gemusst das hätte hier definitiv dazu geführt hat er noch mehr trefferpunkte hätte jetzt schon aber sonst gefällt mir so weit vom kapitän finde ich finde ich persönlich das gut es ist ja wie gesagt ich will jetzt nichts verurteilen oder beurteilen das ist nur mein persönlicher geschmack den ich da immer wieder mit reinbringe und hier hat er glück und der konfairer gilt vom kurfürsten aufgemacht und der der hört es gleich richtig leuten würde ich wetten eine komplette breite der monti die mumpeln kommen nicht schlecht doppel zieht da großkaliber herzlich gewünscht geile sache ja sowas wird halt bestraft jetzt für die konfairer fahrer also wer hier konfairer gerne fährt der weiß jetzt was er nicht machen sollte definitiv nicht ist ein smiley im chat 203.000 damage haben wir hier schon vier zu drei schiffe ist das jetzt schon gegessen das thema hat team grün ist hier schon die überhand der kuhfürst fährt noch in die breitseite wenn man unten sich die mini map anguckt wie er sich bewegt der fährt in die breitseite und da sind 17.000 und da progt der unterstützer und unterstützer ist das stichwort denn der kapitän hier hat der besondere fähigkeiten und auf der montana wirkt sich das auf nachladebeschleunigung der hauptbatterie aus nämlich 20 prozent beschleunigen wir jetzt hier den nachladeprozess das heißt die monti kann jetzt gleich sehen 21 sekunden nachladezeit hat das ding jetzt nur noch also richtig schön schießen das ist jetzt hier ein ganz wichtiger punkt merkt euch das mal schaut mal wie das gefecht sich noch weiterentwickelt da ist die nachladzeit sicherlich auch entscheidend würde ich mal meinen kommen wir ganz kurz zu dem tipp buchstaben salat ist das stichwort wir haben ja aktuell ein kleines gewinnspiel laufen und ich möchte euch jetzt die ersten drei buchstaben sagen die ihr für das gewinnspiel braucht wenn ihr am 24 8 mitmacht ihr müsst buchstaben sammeln das lösungswort zusammen haben und wenn ihr dann von bord gezogen wird und das lösungswort habt könnt ihr gewinnen und ich sag euch jetzt drei stück der dritte buchstabe des wortes was wir suchen ist h hotel also h wie hotel der fünfte buchstabe ist e wie emil und der achte buchstabe ist n wie nordpol also h wie hotel e wie emil und n wie nordpol wenn ich einfach noch mal anhören dann kriegt er sich zusammen die buchstaben position habe ich euch auch gesagt und jetzt heißt es schön die buchstaben sammeln und dann beim gewinnspiel beim livestream am 24 8 ab 20 über 15 dabei sein und dann die weiteren buchstaben sammeln und am ende könnt ihr was besonderes aus dem premium store bekommen also in dem sinne wir schauen uns einfach weiter das gefecht an liqui hat jetzt hier gemanagt hat eben dem kurfürsten ja noch ein bisschen was verplättet und fährt hier richtung b neptune kommt runter konkwerer kommt in richtung b das heißt wir haben hier noch drei schiffe gegen drei schiffe jetzt die mogador hat low hp die donskoi auch low hp wenn er donskoi hat man ja immer low hp eigentlich und der kurfürst hat noch knapp zwei drittel wenn ich das so richtig überschlage ja großkaliber unterstützer schon geprockt punkte vorsprung für team grün und beide caps wenn hier contested b geht langsam raus a wird ja gleich erobert und dann hat team rot auch wieder einen fixen cap wo punkte gesammelt werden und jetzt geht alles um b würde ich sagen er ist hier zweimal aufgeschaltet also entdeckt der gegner weiß wo er sich bewegt die mogador kommt hinten rum großer kurfürst der müsste eigentlich durch die mitte gefahren sein vermutlich da ist er genau durch kanal kommt gerade durch und jetzt sehen wir auch gerade konnte man gerade gut sehen 40 sekunden über 40 sekunden ist die branddauer wenn er hier komplett auf survive gebaut hätte werden eine branddauer von zwischen 30 bis 20 sekunden möglich in dem schiff ja also sind ja dann noch mal ich sag mal in summe 35 prozent die er da weniger branddauer haben kann schiff schlachtschiffe brennen eine minute ja wenn man sich das gilt dann halt deutlich kürzer ja und durch das legendäre modul hat er ja auch schon eine verbesserung von daher ja ist vielleicht mal überlegen wäre das auszuprobieren so kurfürst drückt in richtung b dreht hier ein und er nutzt jetzt hier die möglichkeit noch ist der turm größer als die insel deswegen ist dauer gespottet weil immer der höchste punkt des schiffes ist der entscheidende punkt wann man gespottet ist jetzt ist er geradezu weil die brücke oder der hohe turm über der brücke sozusagen jetzt hinterm berg ist spannung hier pur kaum geschützt feuer 50 20 sekunden der konkreter ist jetzt mit drin ist im fokus neun sekunden bis gecapt wird und dann hat team grün zwei caps leichten punktvorsprung nur noch dadurch hat die neptune raus ist gibt es hier nur noch drei punkte vorsprung sechs punkte je nachdem jetzt wird wieder ein bisschen aufgebaut weil man halt für ein doppel cap bekommt türme sind ausgerichtet und er bleibt die ganze zeit zu macht er gut macht er gut er ist managt immer das so dass der höchste punkt des eigenen schiffes hinter dem berg ist und kann dadurch den gegner verwirren sozusagen man weiß nämlich nicht ganz genau wo er jetzt ist jetzt geht er aber mit radar auf die dons koi ist in der nähe und das radar macht ihn auf jetzt ist klar dass er nicht mehr taktisch fahren kann weil er erstmal offen ist muss ich also erst mal so ein bisschen weiter rum bewegen um den gebirge hier um die insel hat keine reparatur mannschaft mehr hat kein jäger mehr alle schon raus gehauen und es sind hier wirklich nur ganz knappe geschichten also 30 punkte vorsprung hat team grün jetzt und es wird im chat geschrieben let's stay live ich glaube das reicht nicht weil wie will er denn wenn man jetzt hier weg fährt oder irgendwie er wird auf jeden fall irgendwie aufgehen die mogador kommt durch die mitte vielleicht hinten durch könnte sein zumindest ist nicht unwahrscheinlich da ging sie zuletzt von der perspektive her auf von der richtung die dons koi fährt oben hoch mal gucken was der konquerer macht das kann man jetzt gerade nur schlecht sehen die mumpeln waren unterwegs die hat doch nur eine low hp auf die dons koi rauf mit he vielleicht und der kufis progt pusht da rein der pusht da rein die türme sind ausgerichtet jetzt gilt es noch beide türme in reinzubringen er hat drei türmen geschossen und drückt da 20.000 oder waren rein ich hatte jetzt gerade gesehen dass die konkurren die dons koi rausgenommen hat also augen konnte ich überall haben aber waren richtige damage masse die da reingegangen ist jetzt hat er selber ein bisschen was kassiert nun voli return sozusagen fährt jetzt rückwärts fährt wilder noch ein turm in stellung bringen irgendwie haut da noch mal einen drauf noch mal 6000 und jetzt muss er zu sehen wenn er hier raus geht wird das richtig schwierig für das eigene team das wirklich safe zu gewinnen die punkte vorsprung beträgt jetzt 140 punkte knapp ein bisschen weniger er brennt jetzt hat nur noch der chance begrenzungs team keine reparatur mannschaft mehr muss jetzt nicht einteilen ob er löscht oder ob er nicht löscht haut da noch mal in die brücke in die türme rein das hat nicht mehr viel kann man jetzt nur oben sehen in der einblendung und drüben steht die mogador da kommt torps an die kann er doch dort schon genau er kann sie dort schon richtig schlecht geworfen von der mogador meine meinung da muss das muss der kufis noch aufpassen oder nicht in die eigenen torps fährt aber da ist ist der vorher raus also richtig angenehme situation jetzt für ihn er hat jetzt 240 punkte vorsprung sein team conqueror und mond die haben da zusammen gut gemacht guten job gemacht und jetzt gibt es noch die mogador die hier im spiel ist jetzt ist spannend wo ist die mogador wartet die da und versucht noch jemand rauszunehmen vielleicht mit torpedos oder fährt sie zum cap die sollte dann nichts mehr anbrennen die konkurren wobei die konkurren hat ja auch nur noch die hälfte an energie okay das ist eigentlich okay mit einem superheal b wird erobert das heißt die mogador ist oben rumgefahren und um jetzt b zu cappen und damit ist man relativ safe in 14 sekunden ist das gefecht vorbei das war die taktik fahrt eines liqui 290.000 damage unterstützer großkaliber ist da drin neun zieht das ich fand es taktisch wirklich cool gefahren immer darauf geachtet was jetzt gerade wichtig ist trotz des faux pas mit der tarnung muss man ehrlich sagen hat mir hat mich sehr gut unterhalten wird mich interessieren wie es euch geht ob es euch auch so gut gefallen hat hier gibt es jetzt noch mal die endscreens könnt ihr euch in ruhe reinziehen und ja ich sag einfach vielen vielen dank für zuschauen lasst uns gerne daumen nach oben da ein abo wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet und ja dann sage ich bis zum nächsten mal hier auf dem sieghaus kanal und vergesst das gewinnspiel nicht livestream am 24 8 ab 20 15 gibt es das kleine jubiläums gewinnspiel 2500 abonnenten sie kurz auf youtube bis dahin tschau abonnenten es Vielen Dank.